Ist nun alles aus bei Kim Virginia Hartung und 24 Tim oder doch nicht? Die zwei sind zeitgleich im Urlaub, doch Kim ist immer noch eingeschnappt. Kim Virginia Hartung, 24 Tim, Reunion, bin noch eingeschnappt. Was den Beziehungsstatus von Kim Virginia Hartung, 28, und 24 Tim, 23, angeht, blickt wohl keiner mehr so richtig durch, scheinbar nicht einmal mehr die beiden selbst. Nachdem sie sich wochenlang stark verliebt gaben, dabei aber betonten, in keiner Beziehung zu sein, auf diese aber hinarbeiten zu wollen, schien plötzlich alles aus. Kim ist Tim auf Instagram entfolgt und erklärte, sie würde Abstand brauchen. Doch jetzt das! Kim verriet ihren Followern, dass sie bald nach Miami fliegt. Zufällig hält Tim sich dort momentan ebenfalls auf, was den Fans der beiden natürlich nicht entgangen ist. Ein Follower vermutete daher direkt eine Reunion und setzte Kim darüber in Kenntnis, dass der Influencer dort ebenfalls ist. Doch davon will diese nichts gewusst haben, wie sie in ihrer Instagram-Story schrieb, ich bin noch eingeschnappt, deshalb habe ich mich noch nicht groß gemeldet. Ich weiß davon nichts. Kim Virginia Hartung, 24 Tim, haben trotz Abstand Kontakt. Oha, nach einer Versöhnung klingt das nicht gerade. Weshalb Kim überhaupt eingeschnappt ist, ist nach wie vor nicht bekannt. Ob die beiden in Miami aufeinandertreffen werden, scheint also noch in den Sternen zu stehen. Ganz ausgeschlossen scheint es aber nicht zu sein. Denn erst kürzlich hatte Tim verraten, dass die beiden noch etwas Kontakt hätten, wenngleich er selbst auch nicht viel mehr wissen würde als die Fans. Sie schreibt mir auf WhatsApp. Sie ruft mich an. Klammer Punkt Klammer. Ich bin da auch nicht schlauer als ihr. Wer weiß, vielleicht werden Tim und die Fans unter der Sonne Floridas etwas schlauer. again, weil sie gegen die Fans haben. Vielen Dank.